Noch ein paar Eindrücke von der Steinmeier Orgel in Karlschreuth. Viel Freude! Ich versuche eine kleine Fuge von Gottlieb Muffat, ein bayerischer Barokompromiss. Ich versuche eine kleine Fülle. Ich versuche eine kleine Fülle. Ich versuche eine Fantasia von Johann Krieger, ebenfalls einem Zeitgenossen Bachs und Verfasser und Verfasser einer wunderschönen Orgelstöcke. Ich versuche eine kleine Fülle. 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 Amen. 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 Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.